Schön, dass ihr dabei seid. Hier kommt ein neues Highlight auf RobinTV und zwar die wöchentlichen Elektromobilitäts-News. Der Opel Mokka E ist wieder bestellbar und auch lieferbar. Gleich alle Infos dazu. Das neue Tesla Lenkrad, also dieses Lenkrechteck muss man ja eigentlich sagen, ist in den USA wohl nicht zulässig. Jetzt kommt aber der Kracher, in Europa ist es wohl zulässig. Irgendwie verkehrte Welt, aber ich freue mich natürlich total. Der BMW-Konzern führt eine neue einheitliche Tarifstruktur ein mit einem neuen Nachttarif und den finde ich ziemlich genial. Es gibt auch noch Ionity deutlich günstiger. Wir schauen uns die neuen Tarife von BMW gleich mal an. Auch bei der Ladeinfrastruktur geht es gut voran. Mit dem Einfach-Strom-Laden-Tarif der Maingau-Energie könnt ihr jetzt an 1000 neuen Ladepunkten laden. Und auch Aral beschleunigt den Ausbau von Schnellladestationen. Es gibt aber auch noch einen Kurzschluss. Was da los ist, weiß ich nicht. Denn nach einem Brand eines Verbrennerautos in einer Tiefgarage dürfen jetzt keine Elektroautos mehr rein. Naja, egal. Gleich mehr dazu. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Smopy, die Ladeschranklösung. Was es damit auf sich hat, erkläre ich auch gleich. Jetzt geht's aber los. Opel hat wohl die Lieferschwierigkeiten beim neuen Kompakt-SUV Mokka E behoben. Firmenchef Michael Loscheller ist ganz glücklich und verkündet, jeder Kunde, der jetzt ein Mokka E bestellt, bekommt ihn noch dieses Jahr geliefert. Also, das Auto ist bestell- und lieferbar in allen Varianten, sagt er so. Das war ein Zitat. Ja, wegen der unerwartet hohen Nachfrage hatte Opel teilweise sogar Kaufverträge wieder gekündigt. Loscheller hat auch bestätigt, dass das Modell bei einigen Ausstattungslinien zeitweise tatsächlich bis September ausverkauft gewesen sei. Und daher haben sie nachgebessert und sie haben es wohl hinbekommen und damit haben sie jetzt die Weichen gestellt, dass der neue Mokka ein voller Erfolg wird, sagt Loscheller. Das klingt doch erstmal gut, weil es gibt einige Opel Mokka E-Fans da draußen. Der Mokka E wird im französischen Poissy gebaut und wie viele Fachzeuge dort für Opel gefertigt werden können, ist nicht genau bekannt. Aber das Auto basiert auf der Common Modular Plattform, der CMP Plattform von PSA, die sowohl für Elektro- als auch für Verbrennungsantriebe ausgelegt ist. Und auf der Plattform werden unter anderem auch der vollelektrische DS3 Crossback E-Tense gefertigt, die neuen Peugeot-Modelle E208 und E2008 und auch der Opel Corsa E. Der Mokka E hat einen 100 kW starken Motor, der Akku verfügt über eine Kapazität von 50 kWh und damit ermöglicht das Ganze eine Reichweite von 320 km nach WLTP. Der Mokka E kostet in Deutschland nach Abzug der Innovationsprämie in der günstigsten Ausstattung rund 23.400 Euro. Es ist ein Auto, das bei euch sehr beliebt, sehr interessant ist und viele haben sich beschwert, dass er nach kürzester Zeit nicht mehr bestellbar war. Und deswegen kann ich euch jetzt die gute Botschaft verkünden, jetzt mal schnell ran und bestellen, wenn ihr den noch in diesem Jahr haben wollt. Die wahrscheinlich spektakulärste Neuerung bei den neuen Tesla Model S und Model X Facelifts ist wohl das Lenkrad. Bei dem es sich also nicht mehr um ein Rad, sondern um eine Art Rechteck handelt oder doppelter Steuerknüppel. Von Tesla wird das Lenkrechteck als Yoke bezeichnet, das heißt zu deutsch ungefähr so viel wie Joch oder Bügel und führte zu gemischten Reaktionen. Ich persönlich bin ja echt begeistert, denn, so, passt mal auf, ich bin ein alter Knight Rider Fan. Hier habe ich noch die DVD-Box für die erste Staffel, ich habe die anderen Staffeln auch. Und wer das Auto kennt, den KIT, den Knight Industries 2000, der weiß, der hat einen, naja, ich sag mal ganz grob ähnliches Lenkrad. Ich weiß, schon ein bisschen anders, aber deswegen, ich bin total begeistert. Ich würde mich sehr freuen über so eine neue Form. Ja, und die größte Frage ist ja aber, ist das so überhaupt zulässig? Und wie sich jetzt zeigt, scheint es in Europa weniger Probleme zu geben als in den USA. Wer hätte das gedacht? Kurz nach der Vorstellung der aufgefrischten Model S und Model X Modelle fragte das IT-Portal CNET bei der US-Verkehrsbehörde nach und bekam zur Antwort, man habe Tesla auch wegen der Lenklösung kontaktiert. Ein amerikanischer Blog berichtet, ungefähr zur gleichen Zeit, dass für alle Autos in dem Land, also in den USA, die Vorschrift gilt, dass Lenkräder rund seien und mindestens 13 Zoll Außendurchmesser haben müssen. Hm, das ist ja wohl ziemlich eindeutig. Ob Tesla jetzt schon vorher oder in der Zwischenzeit irgendein Schlupfloch in dieser sehr deutlich klingenden Regel gefunden oder geschaffen hat, ist noch nicht bekannt. Noch im Februar sollen laut CEO Elon Musk die ersten neuen aufgefrischten Model S ausgeliefert werden und dann spätestens werden wir sehen, ob und wie die Frage dieser Yoke-Zulässigkeit, also dieses Yoke-Lenkrads geklärt wurde. Eine Alternativlösung ist natürlich schon vorbereitet. Es haben ein paar Neugierige mal ein bisschen auf den Tesla-Server nach Fotos gestöbert und haben tatsächlich diesen neuen Innenraum auch mit einem normalen, konventionellen, runden Lenkrad gefunden. Das heißt also im Zweifelsfall, wenn dieses Lenkrechteck nicht durchgeht, dann bauen sie halt einfach das runde Lenkrad ein. Und man dürfte ja eigentlich denken, oh Gott, dann kriegen wir das in Europa gar nicht hin. Doch nach Auskunft des ADAC scheint genau das eben nicht der Fall zu sein. Die Anforderungen an Lenkanlagen würden in der ECE-Vorschrift R79 definiert. Die kennen wir alle auswendig. Ich gebe euch trotzdem noch mal einen kleinen Überblick. Und danach gibt es eben keine Vorschrift, nach der ein Lenkrad rund sein müsse. Ob damit konkret jetzt auch das Tesla-Lenkeck garantiert auch zulassungsfähig ist, das kann der ADAC noch nicht genau beurteilen. Dazu brauchen sie eben Zugang zu den Unterlagen für die Typgenehmigung. Die stehen noch aus, das kann aber nicht mehr lange, sag ich mal, benötigen. Und dann haben wir dazu eine Info und eigentlich vielleicht eine echt gute Nachricht. Der BMW-Konzern führt eine neue einheitliche Tarifstruktur für das öffentliche Laden mit den eigenen Elektroautos, also der Marken BMW und Mini in 19 europäischen Ländern ein. Das Angebot von BMW Charging und Mini Charging kann nach einmaliger Registrierung genutzt werden und bietet Unternehmensangaben nach in Europa Zugang zu über 173.000 öffentlichen Ladepunkten von über 500 Ladeinfrastrukturbetreibern. Und so sehen die neuen Tarife aus. Im Active-Tarif laden Kunden in Deutschland mit einer Grundgebühr von 4,99 monatlich, also monatlich fixe Grundgebühr, auch wenn ihr nicht ladet, im BMW Mini Charging Netzwerk zu einheitlichen Preisen von 33 Cent pro Kilowattstunde an AC Ladesäulen und 39 Cent pro Kilowattstunde an DC Säulen. Der Tarif Flex hat keine Grundgebühr und bietet die Möglichkeit, ja eben nach der Registrierung bei allen Ladesäulenbetreibern dann zu den entsprechenden betreiberspezifischen Konditionen zu laden, sprich ein stinknormaler Standardtarif, wie man ihn eigentlich vielleicht so von Plug Surfing und Shell Recharge kennt. Und AC Laden, und das ist jetzt das Spannende, gibt es in einem neuen Tagtarif. Also das gilt jetzt hier für den ersten Tarif, für den Active. Da könnt ihr nämlich, und das finde ich eine Besonderheit, das habe ich nirgends gelesen, ich habe extra nochmal durchgeguckt, deswegen wollte ich es euch unbedingt hier mitteilen, einen Tagtarif und einen Nachttarif. Der Gag ist aber, die sind nicht unterschiedlich vom Preis. Also die kosten immer 33 Cent pro Kilowattstunde. Es gibt aber einen ganz entscheidenden Unterschied, und zwar beim Tagtarif, der gilt von 8 Uhr bis 21 Uhr, zahlt man immer noch nach 3 Stunden eine Standstrafgebühr sozusagen von 6 Cent pro Minute. Das heißt also, die ganzen Betreiber, das hat sich im Prinzip in der ganzen Branche inzwischen durchgesetzt, sind sich einig, nach über 3 oder 4 Stunden, da gibt es ja unterschiedliche, bei unterschiedlichen Tarifen, gibt es so eine genannte Blockiergebühren, damit eben die Elektroautofahrer wieder wegfahren. Das ist ja auch alles soweit okay, allerdings was daraus ärgerlich ist, ist, wenn man sich jetzt einfach mal abends, sagen wir mal irgendwie, ich komme manchmal auch wirklich von 23 um 0 Uhr von einem Dreh zurück, und dann möchte ich mich ja nochmal in eine Säule stellen, und dann ist es ja schon sehr unkomfortabel, sage ich immer, um 0 Uhr sich da dran zu stecken und dann um 4 Uhr sich einen Wecker zu stellen, den wieder abzustöpseln, nur damit eben keine Standgebühr fällig wird. Und das hat, finde ich, BMW hier richtig schlau gelöst, sie sagen nämlich, in unserem Nachttarif kann man von 21 Uhr bis 8 Uhr morgens mit 33 Cent pro Kilowattstunde laden und zahlt eben keine zusätzlichen Stand- oder Blockiergebühren in diesem Zeitraum. Und das ist natürlich schon interessant, gerade für die eben, die spät kommen und dann eben nochmal bis morgens laden wollen. Ich weiß, wir wollen natürlich alle, dass die Säulen schnell wieder frei sind, aber ganz ehrlich, Leute, spät in der Nacht bis früh am Morgen, ob da so viel Wechsel da sind, kann man natürlich darüber diskutieren. Ich fand das erstmal eine interessante Option hier in dem Tarif, habe ich so noch nicht gesehen. Auch interessant ist, dass es die Zusatzoption Ionity Plus jetzt gibt, und der kann bei beiden Tarifen zu einer monatlichen Grundgebühr von 13 Euro noch zugebucht werden. 13 Euro im Monat ist natürlich echt schon ein ganz schönes Brett, und dann bekommt man eben statt der völlig überteuerten 79 Cent pro Kilowattstunde Gebühren, die man sonst bei Ionity hat, dann eben die Kilowattstunde für nur 35 Cent. 35 Cent ist natürlich echt ein fairer Betrag, da kann man sich nicht beschweren. Dann muss man allerdings jeden Monat die 13 Euro bezahlen. Also bei Ionity gibt es dann zumindest einigermaßen eine Lösung. Und bei Übernahme eines neuen BMW oder Mini-Elektrofahrzeugs bekommen Kunden eben diesen Active-Tarif für eine Dauer von 12 Monaten ohne monatliche Grundgebühr. Und bei den Elektroautos BMW iX3, BMW iX und BMW i4 entfällt diese Grundgebühr komplett. Und das Ionity Plus-Paket ist da auch inbegriffen. Das heißt also, bei den neuen Modellen von BMW habt ihr praktisch dann immer diese 35 Cent pro Kilowattstunde, auch bei Ionity und eben noch die anderen Zusatzgeschichten. Also das ist eigentlich schon ganz interessant. Was ich nicht so gut finde, ist, dass außerhalb Deutschlands müsst ihr euch immer die jeweils gültigen Landestarife anschauen. Also in allen möglichen Ländern, da müsst ihr euch eben die Tarifseite anschauen, könnt ihr auf jedes Land draufklicken. In jedem Land völlig unterschiedliche Preise. Das finde ich jetzt nicht so schön. Da gibt es bessere Ladetarife, die in ganz Europa einheitlichere Systeme haben. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Smopy, die Ladeschranklösung. Das ist wirklich genial, wenn ihr mehrere Ladepunkte an einem Ort installieren wollt. Dann habt ihr einen Ladeschrank, der ist gesichert im Betriebsraum. Da ist die ganze Elektronik drin. Und das Schöne ist, das ganze System ist modular erweiterbar. Das heißt also, ihr könnt dann von einem bis zu zehn Ladepunkte das wirklich dynamisch erweitern und das System passt sich automatisch an. Mit Lastmanagement und allem Pipapo. Ich finde das wirklich gut. Und die Ladepunkte, ich habe jetzt mal gerade einen hier, die sind echt sehr minimalistisch, was ich gut finde. Also hier seht ihr es mal. Kein großer Schnicki-Schnacki. Wirklich einfach und hier richtig metallrobust. Das Team von Smopy sagt sogar, die sind Vandalismus-sicher. Nein, sag mal. Das... Ja, mini kleine Macke. Das hast mich aber erschreckt. Aber sie lebt noch, ne? Also scheint gut zu funktionieren. Ah! Oh. Hey, der Ladepunkt, dem geht es aber noch richtig gut. Aber Max? Max? Und keine Angst, dem Max geht es natürlich gut. Wenn ihr jetzt Lust habt auf Smopy, die Ladeschranklösung, ich kann es euch nur empfehlen. Am besten, ihr schaut euch mal unterhalb des Videos direkt den Link an. Da gibt es die Webseite, da gibt es ganz viele Infos. Und wenn ihr da Interesse habt und sagt, hey, ich habe hier vielleicht ein Hotel, ein Restaurant, eine Tiefgarage, ich brauche viele Ladepunkte, dann meldet euch doch bei Lukas Schlipf und seinem Team und die helfen euch garantiert weiter. Und das Ganze natürlich auch super kompetent und wie ich finde auch sehr sympathisch. Gute Nachrichten für alle, die den Einfach-Strom-Laden-Tarif der Maingau-Energie nutzen. Die Maingau schreibt selbst, liebe Einfach-Strom-Lader, wir freuen uns über einen weiteren Partner. Volkswagen. Nun können wir euch rund 1000 neue Ladepunkte in Deutschland anbieten. Insgesamt stehen euch europaweit jetzt mehr als 100.000 Ladepunkte mit Einfach-Strom-Laden zur Verfügung. Und da habe ich mir das Ganze angeguckt, auf Facebook haben sie das auch gepostet und da kam direkt eine richtig gute Frage. Und zwar, ob damit die Wallboxen an den Autohäusern gemeint sind. Und Maingau antwortet darauf direkt, ja, diese sind an VW-Standorten in ganz Deutschland verfügbar. Also ab sofort könnt ihr mit dem Einfach-Strom-Laden-Tarif auch bei allen VW-Autohäusern laden. Und auch von Aral gibt es gute Nachrichten. Ja, doch, ihr habt richtig gehört, Aral, die bieten neben Diesel und Benzin inzwischen auch Strom an. Falls es bei euch noch nicht angekommen ist, man glaubt es kaum. Es ist aber so und das gar nicht zu wenig. Unter dem neuen Namen Aral Pulse sollen bis zum Jahresende 500 Ladepunkte mit bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung an mehr als 120 Aral-Tankstellen in Betrieb sein. Ja, wenn die nicht mal am Puls der Zeit sind. Elektroautos müssen draußen bleiben. Dieses Schild seht ihr jetzt auch bei der einen oder anderen Tiefgarage. Was ist da los? Aber nicht nur die Elektroautos, auch Plug-in-Hybride dürfen nicht mehr in einer Tiefgarage in Kulmach im Oberfranken parken. Das entschied die Stadt in Absprache mit der Feuerwehr für die Tiefgarage unter dem EQ-Platz. Hintergrund ist, dass es vor einigen Monaten zu einem Brand in der Tiefgarage gekommen ist. Gut, soweit, so nachvollziehbar. Höchst kurios ist eben nur, dass kein Elektroauto, sondern ein Benziner gebrannt hat. Hä? Moment, hab ich da irgendwas nicht mitbekommen? Versteht ihr das? Es brennt ein Benziner und deswegen werden Elektroautos verboten. Ich weiß nicht, es muss an mir liegen. Irgendwie habe ich da einen Hänger im Kopf. Ich verstehe die Logik nicht. Laut Aussage der Stadt Kulmbach überlegen noch andere Städte, genau solche Verbote auszusprechen. Tatsächlich gilt auch in der Stadt Leonberg in Baden-Württemberg für die Altstadtgarage mit ihren 283 Plätzen. Aus brandschutzrechtlichen Gründen steht da, ist momentan die Zufahrt ins Parkhaus Altstadt für E- und Hybridfahrzeuge nicht gestattet. Okay, also das ist ja eine Sache, dass ein Verbrennerauto brennt und man dann Elektroautos verbannt. Und gut, jetzt mal einfach mal abgehakt das Ganze. Man könnte jetzt mal darüber diskutieren, ob den allgemeinen Elektroautos vielleicht gefährlicher sind. Dann wäre das ja absolut gerechtfertigt. Und wen könnten wir da fragen, der sich damit gut auskennt? Der ADAC. Und der ADAC selbst kann die Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen. Ein ADAC-Sprecher, also um ganz genau zu sein, Andreas Hölzel, hat zu Focus Online Folgendes gesagt. Sollten weitere Garagenbetreiber dem Kulmbacher Beispiel folgen, wäre dies ein fataler Rückschlag beim Ausbau der Elektromobilität in Deutschland. Grundsätzlich kann nie vollständig ausgeschlossen werden, dass sich ein Fahrzeug aufgrund eines Defektes selbst entzündet. Und das gilt aber für alle Betriebsarten. Für alle. Diesel, Benzin, Elektro, Hybrid, alle. So, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass Elektroautos mit oder ohne Unfalleinwirkung eher zum Brennen neigen, als Autos mit Verbrennungsmotor. Feuerwehren und Versicherungen zufolge gibt es zudem bezüglich einer Gefährdungsbeurteilung keine signifikanten Unterschiede. Das ist alles noch das Zitat jetzt, ne, von dem ADAC-Mann. Also, so ADAC. Unbegründet sind auch Bedenken hinsichtlich besonderer Risiken beim Laden eines Elektroautos in einer Tiefgarage, sofern die Elektroinstallation der Ladepunkte fachmännisch installiert und gewartet wurde. Wir fassen zusammen. Ein Verbrennerauto brennt, ein Elektroauto wird verboten und die Experten vom ADAC sagen, das ist kompletter Mist. Und, naja, wenn das nicht ein Kurzschluss ist. Also, ihr seht, hier wird das Thema Elektromobilität nicht immer nur so ernst jetzt hier mit eingebracht und rübergebracht. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt, habt ein bisschen was mitgenommen. Und wenn ihr in Zukunft keine News mehr verpassen wollt, dann einfach mal rechts unten den Kanal abonnieren. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich in Zukunft. Und schon in den nächsten Tagen und Wochen kommen spannende neue Elektroautotests. Allein schon mit dem neuen Volvo XC40 Recharge. Wir haben den Audi e-tron GT und GT RS hier im Fahrtest. Also nicht irgendwie so langweilig in einem Fotostudio, sondern richtig fahren. Aber langweilig in einem Fotostudio, aber trotzdem spannend präsentiere ich euch den Audi Q4 e-tron im Innenraum. Also und noch viel, viel mehr. Ihr dürft einfach nichts verpassen. Ich freue mich, wenn ihr in Zukunft wieder mit dabei seid. Ich bin Robin und bis bald. Ich bin Robin und bis bald.